Star Wars Outlaws Ich grüße euch, willkommen zurück bei Star Wars Outlaws und wir haben jetzt Waren von Crimson Dorn Stehlen. Ein Auftrag! Schauen wir, wie man hier hochkommt. Schau dich! Schau dich! Schau dich! Schau dich! Schau dich! Schau dich! Okay. Okay. Oh, mach. Oh, das war natürlich einfach, weil... Ist dir jemand? Oh, das war natürlich einfach, weil... Hast du was, Kleiner? Verstanden? Wie kommen wir jetzt da rein? Ist jemand in der Nähe? Oh, nicht gut. Was siehst du? Siehst du was? Sieh'n leider nüch'n. Ja. Hast du was, Kleiner? Ja. Ah. Was siehst du? Nicht gut. Akkubatier. Hm. Müssen wir wohl ein bisschen warten. So, nachdem wir natürlich jetzt hier auch die Gegner erledigt haben. Ah, können wir natürlich können wir natürlich hier rein. Das Richtige. Drück auf den Knopf, Nix. Hallo. Schatzgebogen. Nix, es geht los. Wir müssen mal ein Zahn zulegen. Ich seh mit dir. Du leistest gute Arbeit für die Pikes. Also wirst du auch gut bezahlt. Danke. Bill sucht mich auch auf Instagram und Twitch. Die Links findet ihr in der Beschreibung.